Schiffskobolde Zu Norden in Ostfriesland nannte man den Schiffskobold Kalfatermann, auch Klabattermann, vom Klopfen abgeleitet. Derselbe betrachtete sich als den Ersten der Mannschaft, half das Schiff zur Fahrt ausbessern und vorbereiten, sorgte für guten Geist unter der Mannschaft, indem er nachlässige Ohr feigte, böse Wichte von Bord jagte, die Ratten aber, welche bei ihm in Dienst standen, vor Verfolgung schützte. Er liebte es, gut verpflegt zu werden, nicht geringer als der Kapitän selber, auch durften die Ratten seine Leckerbissen ungestört verzehren. Auf See war er unaufhörlich wachsam, besonders in den Masten, denn im Raum vertraten die Ratten seine Stelle. Ein Steuermann aus Norden lag einst mit seinem Schiff in Stockholm vor Anker. Als er spätabend über das Deck ging, bemerkte er ein Männchen von zwei Fuß Höhe, als Matrose gekleidet, neben der Galione stehen und hörte ihn ein gleiches Männchen auf dem nächsten Schiffe fragen. »Gehst du mit in den See?« »Ja, und du?«, entgegnete jener. »Nein«, war die Antwort, »denn das Schiff wird im Kanal scheitern.« Der Steuermann, als er dies dem Kapitän und dem Räder mitteilte und ausgelacht wurde, verließ das Schiff und ging an Bord eines anderen Fahrzeugs. Nach Norden zurückgekehrt erfuhr er, dass jenes Schiff im Kanal verunglückt und nur ein Matrose geborgen sei.